Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Ponyer. So, wir haben jetzt in der letzten Folge das Passwort gesettelt, erfolgreich ein bisschen demoliert. Und ich habe gerade wieder versucht, auf dem zweiten Bildschirm weiterzuspielen. So, gehen wir ins Passwort ein. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Beides. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Nein! Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Das gefällt mir nicht. Aber es ist so nah. Ich war noch nie so nah dran. Elysium. Können wir die Flagge mitnehmen? Gehen wir lieber mal weg. Das gefällt mir gerade nicht. Weitere Mal. Was? Das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt? Wachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir. Nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal. Dieser Cletus... Sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht. Aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich hab nicht alles verstanden, aber... Die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Gold dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Im Nage ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Das gefällt mir echt nicht. Zeit, ihm ein kleines Schwätzchen zu halten. Hallo, Cletus. Halt. Eine Schnörpel. Neh mich mit. Ich meinte, hallo, Cletus. 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 Rufus. Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum. Ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens drei Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goan? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir vertrauen? Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und dem Organon? Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Ja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja. Ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organon uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird es wohl kaum reichen. Wow. Das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ähm, ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Julisses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Julisses hatte seine Gründe, uns im Unplan zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein. Falsch. Julisses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja schon, aber... Äh, ja... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön. Das sind alles Idioten. Die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber... Sprengen? Ja, sprengen. Abreißen. Einäschern. Vaporisieren. Eliminieren. Ausradieren. Alles weg. Ratz. Fatz. Puh. Ich meine, mir ist egal. Aber Goal wird das nicht gefallen. Ich meine, mir ist egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz Unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner war. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da was verpasst. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja. Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugeben. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich ihm die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf der Ponia gibt. Damit der Ponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo. Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge. Ich bin so gut. Ich bin so... Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen. Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja? Wie sehr denn? Es stinkt. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Oh nein, ne? Hier gibt es nur Müll. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche. Die Spüle leckt. Das Klo läuft über. Der Kühlschrank ist leer. Und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige... Zufus macht den Abwasch. Die Arbeiten. Räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich winke dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal. Wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst der Pornherd tatsächlich zu hassen. Warum siehst du mir so ähnlich? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Ich gehe und... Nee, warte mal. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur, wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Rumbel. Ach. Ich gehe und hole Goal. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Wieso sieht der uns nur so ähnlich? Ah, da kommen wir glaube ich nicht so einfach dran vorbei. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Oh, hier sind doch Musiksteine. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Okay. Wir können aus dem Kaugummi und dem Schnörkel, glaube ich. Tödliche Schusswaffe. Check. Okay, dann landen wir das bei dem Kieselstein. Munition. Check. Und dann machen wir doch erstmal diese Lampe kaputt. Alle Mann auf Gefechtsstation. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Okay. Jetzt was an den Lampenschirm. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreif. Könnten wir den mit der Mobstalle? Jetzt haben wir einen Haken. Wo sind wir da? Okay. Könnten wir das mit der Flagge? Und vielleicht so ein... Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Da ist doch ein Schmuck perfekt. Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Mir fällt da was ein. Da war doch... Hier war doch noch ein Öltank, ne? Können wir da den Wischmuck reinhängen? Und jetzt haben wir einen öligen Mob. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirm-Nummer. So, dann versuchen wir es doch jetzt mal. Jetzt haben wir unser improvisiertes Cletus-Kostüm. Aber das sollte doch reichen. Genial. Hehehe. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja, dann gehen wir doch mal vorbei. Wobei. Halt! Wer da? Ähm, ich bin es nur Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich zwei Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ähm, ja. Und, wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Eilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Okay, reden wir da beim Mitglied. Das ist vier Wochen die Datasette. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesie-Alben. Nein! Ich brauche die Backup-Datasette. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Goal zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Na hör mal. Da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Hm. Dann vielleicht einen Türstopper. Okay, der war nicht schlecht. Genau. Denn es war ein Witz. Goal ist bewusstlos. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist dir Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat? Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich der Pony ja nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Gut, dann würde ich sagen, holen wir Goal aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.